Feuer, Glut und Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile 35. Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast und ja, hi Martin, da sind wir wieder. Hi Nico. Ja, nach der letzten über 60 Minuten dauernden Folge haben wir uns heute echt ganz fest vorgenommen, maximal, sagen wir mal, eine halbe Stunde, höchstens 20 Minuten zu senden, damit wir nicht wieder so eine riesen, mega lange Folge haben, sondern eher so ein kleines Grill-Häppchen. Und ja, muss ich sagen, fangen wir eigentlich direkt mit dem ersten Thema an, oder? Was wir uns rausgesucht haben für heute, weil es kam, glaube ich, auch genau heute, pünktlich zum Aufnahmetag bei dir an, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, du meinst das Ajax-Kochmesser von FDick, genau, das kam heute an und das wurde von FDick auf der InterNorga in Hamburg gezeigt und irgendwie, die Leute sind echt ausgerastet, die haben das Messer sehr, sehr gefeiert und ein Koch bei mir hat auch direkt gesagt, ja, das ist ja wie das neue iPhone 8 nur für Köche. Und ich habe, wir haben für die FDick einige Messer davon bestellt und die Jungs feiern das bei mir in der Küche total, weil das sieht schon sehr, sehr abgefahren aus. Das Ajax-Messer ist, basiert auch von der Form her auf einem alten Spalter, also ein Wechsel in der Verarbeitung von Fleisch, ne, es gibt auch so Schweinespalter und sowas, ne, und wo man die Schweine halbiert mit, ne, und so von der Form ist das halt auch. Das ist, ähm, vorne so spitz und, ähm, da ist ja noch ein Loch drin, dass man das aufhängen kann. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, hat einen roten Ledergriff, ne, also echt ein feines Gerät. Und ich finde ja echt, also, und deswegen kommt das auch, glaube ich, an, das ist echt das perfekte Messer für Griller. Das sieht cool aus, das funktioniert gut, man kann auch mal ein paar Kräuter damit wiegen und so, man kann Fleisch damit schneiden, eine relativ gute Spitze, wo man auch mal kleine Sachen ausbeinen kann, ne, also man muss dann nicht direkt dann auch noch ein Ausbeinmesser dabei haben. Also, das ist echt, ähm, sehr, sehr, sehr vielseitig, ähm, zu verwenden und sieht richtig Granate gut aus. Also, es geht gerade so im Netz auch rum, das Messer. Ja, ich habe allein heute, glaube ich, drei Leute gesehen, die es bekommen haben, der hier, Camillo hat es bekommen, du, ich glaube, äh, wer war da noch? Onkel Käthe, kann das sein? Das war, ne, äh. Ja, wer war denn jetzt? Ich weiß nicht, der ist im Urlaub. Aber es haben einige das jetzt heute und gestern so, ähm, bekommen. Es gehen jetzt so die ersten Exemplare raus, ne, also, ich habe jetzt auch erst ein Messer bekommen, weil alle anderen kriegen noch eine Ätzung mit dem Fette-Q-Logo drauf und eins habe ich schon zum Spielen da. Ich hätte ja auch überlegt, ob ich mir das mal kaufen soll, weil bis jetzt habe ich noch überhaupt kein richtiges, äh, Messer, was man so als, äh, sagen wir mal, so die Kategorie gutes Messer packen könnte. Ich habe eins von, äh, Tupper, das ist gar nicht so schlecht. Ja, die sind nicht so verkehrt, ja. Hat auch immerhin, äh, ich glaube, 40 Euro gekostet und so und ist zumindest für mich Laien relativ scharf und, ähm, aber dieses, äh, Messer jetzt von F-Dick, das sieht echt schick aus, ne? Du hast ja schon gesagt, wie so ein kleines Hackebein und ich hatte damals auch die Fotos gesehen, die du gepostet hattest, als du auf der Messe warst und ist echt schon schick. Und ich glaube, der Preis ist so, beträgt so um die, ich glaube, 80 Euro, ne? Ja, genau, 79 Euro ist der Preis, super fairer Preis und, ähm, wenn man es in die Hand nimmt, ist es auch erst mal erstaunlich schwer, so vom Gewicht her, ne? Also das ist schon ordentlich verarbeitet und, ähm, liegt verdammt gut in der Hand, dadurch, dass es auch so, so ein Leder, ich weiß nicht, ob es sogar echtes Leder ist oder so ein Lederartiger Stoff, ähm, schminkt sich das echt gut mit in die Hand. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man länger damit arbeitet, weil es eher so ein Grund ist und nicht ergonomisch, aber, ähm, es ist quasi wie bei diesen japanischen Messern. Das Messer ist auch aus der Red Spirit Serie und, ähm, da gibt es auch ein paar andere Messer mit japanischen Klingen und, ähm, so ist so die moderne Linie quasi von FDIC. Also wirklich sehr, sehr, sehr gelungen, das Messer. Und, ähm, meine Küche, ähm, in der Arbeit, die, 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 ähm, machen schon ein bisschen Druck, dass die ist willkommen. Ich habe auch schon gehört, also das muss ich auch gerade echt gut verkaufen, also, ähm, so von den Vorbestellungen von den Händlern her. Und die sind da, glaube ich, ganz happy mit bei FDIC. Ich bin mal gespannt, ob es da zu längeren Wartezeiten kommt, wenn ich jetzt, naja, diesen Monat habe ich jetzt nicht mehr so viel Geld übrig, aber vielleicht nächsten Monat. Das ist auch gerade die Zeit, wo man den Urlaub bucht und sowas. Ja, äh, was, 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 was ich, äh, was ich auch von Internor gesehen habe, da haben die so zwei, ähm, wie heißt sowas, Messerhalfter oder sowas für am Gürtel, so Halter eben halt, ähm, aus Leder gehabt dabei, ne, und das waren noch Prototypen. Das gibt's, ist noch nicht auf dem Markt, ich hoffe, die gibt es bald, weil so ein Messer dann beim Grillen, so, wenn man so ein Grillcamp ist oder so, bei sich zu tragen ist, wäre natürlich nochmal eine geile Nummer. Also, statt das einfach irgendwo rumliegen zu lassen, ne, wäre das schon echt cool, also, ich bin gespannt, ob das noch rauskommt, ansonsten muss das irgendein anderer nähen, extra nur für dieses Messer. Ich glaube sowieso, bald läuft jeder Griller mit diesem Messer um. Ja, also, wenn man jetzt so Facebook und Instagram so als Indikator nimmt, da sind auf jeden Fall so die etwas Bekannteren, hatten das Messer auf jeden Fall schon. Ich glaube, ich glaube, FDIC macht da auch einfach alles richtig, ne, die gehen auch auf die richtigen Leute zu und, ähm, gucken gerade jetzt in der Grillzene, dass auch ihre Messer dort bekannt werden. Hm. Ja, ich meine, wenn man sieht, was die Leute manchmal für Messer ausgeben, ne, wenn ich hier, gibt's ja so die einschlägigen Gruppen auf Facebook und sowas, äh, wo da ein Messer im Wert von, was weiß ich, mehreren hundert bis fast tausend Euro da, äh, in den Küchen rumhängen, da denkst du auch so, huh, wir geben einiges für ihr Hobby aus. Ja, also, beruflich so kann ich verstehen, wenn man mal zwei, dreihundert Euro für ein Messer ausgibt oder so, oder fünf, sechshundert Euro, aber so privat ist es schon schwierig, da muss es schon echt ein verdammt, ähm, verdammt, ähm, geliebtes Hobby sein, damit man mehr Geld für ein Messer ausgibt. Das ist dann meistens aber wie mit den Küchen, ne, die Leute, die schicksten Küchen haben und die teuersten Messer da drin, die kochen gar nicht, die lassen nicht ihr Essen kommen. Ja, oder wie die Leute, die eine dicke Spiegelreflexkamera haben und, äh, dann von den Fotos her aber, äh, kaum fotografieren oder. Ja, einfach nur drauf losknipsen und denken, die haben viel Geld ausgegeben. Ne, aber hier, das, das ist ein ehrliches Messer so, wo ich sag, auf 79 Euro, da kannst du echt nichts falsch machen. Das ist schon echt gut gemacht dafür, ähm, also, es ist auch ein bisschen schicker, klar, wenn du, das ist kein einfaches Metzgermesser oder sowas, ne, ähm, dafür haben sie es auch, glaube ich, nicht gemacht. Das ist ein bisschen mehr Lifestyle und echt so die coole Sau unter den Messern halt, ne. Also, das iPhone 8, wie, wie ein Arbeitskollege so schön gesagt hat. Ja, ich denke mal auch, dass das bei vielen YouTubern vielleicht demnächst, äh, auf den Kanälen zu sehen ist. Ja. Mal schauen. Aber wir können ja dann sagen, wir haben zuerst darüber berichtet. Wir haben uns zuerst damit in die Finger geschnitten. Genau. Wie ist das denn von der Schärfe her? Ist das, äh, Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Weißt du, so, wenn du so ein nagelneues Messer von FD kaufst, ist es nicht scharf, oder was? Nein, aber es gibt ja hier diese berühmten Videos, wo die Leute dann so eine Tomate auf die Klinge fallen lassen und dann schneidet die sich davon quasi alleine durch und sowas. Ich glaube, aber wenn du gerade so ein Messer neu auspackst, kriegst du das mit jedem Messer so hin. Achso, natürlich, vielleicht bei Tupperware weiß ich nicht, aber, ähm. Habe ich gar nicht ausprobiert damals, aber ich kann es ja mal noch nachholen. Ja, vielleicht soll ich den Test noch nachholen. Sag ich euch Bescheid oder guckt bei mir auf Instagram. Heute habe ich ja schon ein Bumerang-Video gepostet. Ja, habe ich gesehen. Es reflektiert schon mal sehr gut die Sonne. Ah, jetzt. Das kann ich schon mal sagen zu diesem Messer. Also für Show-Effekte schon mal sehr gut geeignet. Definitiv. Und ich habe morgen ein kleines Catering für 20 Personen, da nehme ich es auch mit. Ja. Bin mal gespannt, wie es ankommt. Okay. Ja. Mach auf jeden Fall mal den Tomatentest. Ich schmeiße dann ein ganzes Flanksteak durch. Ja. Ja, schön. Hast du auch ein neues Spielzeug? Ja, auch quasi pünktlich zum Wochenende kam das an. Ein kleines Paket aus Süddeutschland, genau gesagt von der Firma grillost.com, beziehungsweise der Matthias Krumm ist auch auf Facebook relativ aktiv und ist auch mit vielen so Grill-Leuten quasi verbunden. und ja, ich hatte das Problem, dass ich habe ja diesen Weber Spirit 210, der hat jetzt knapp drei Jahre auf dem Buckel und hier die Spirits haben ja wie die Summits und die Genesis Grills über den Brennern ja diese sogenannten Flavorizer Bars, die dafür zuständig sind, dass halt kein Fett auf die Brenner tropft, dass da nichts verstopft und gleichzeitig sollen die auch so ein bisschen Aroma wieder ins Fleisch abgeben, wenn dann das Fett oder die Marinade drauf tropft, verdampft das so ein bisschen und soll angeblich, ich weiß nicht, wie zuverlässig das funktioniert, aber es ist halt so die Idee dahinter, halt ein bisschen Aroma wieder ins Fleisch zurückgeben. und ja, die waren bei mir jetzt mittlerweile so ein bisschen durch, also die fingen so am Rand ein bisschen an abzublättern und sich so ein bisschen aufzulösen und das waren halt, das war so emaliertes Material und der Matthias hat mit seiner Firma jetzt so eine Edelstahl-Variante rausgebracht und ja, die ist eigentlich recht cool. Ich habe die ausgepackt und ja, ist jetzt nix super Innovatives. Das sind halt diese Flavorizer Bars in der Edelstahl-Variante. So viel Spielraum haben die ja nicht, die da jetzt großartig zu verändern, weil gewisse Funktion ist hervorgegeben und muss ja eben auch erfüllt werden. Und ja, ich habe die dann am Wochenende jetzt mal draufgepackt, die alten runtergeräumt, den neuen draufgemacht und ist schon top verarbeitet. Also wie gesagt, Edelstahl, dieses V2A ist irgendwie so ein Qualitätsmerkmal. Ich kenne mich da jetzt nicht so super mit aus, aber ich komme auch nicht aus der Metallverarbeitung, aber man hat es schon gehört. Ja, dieses V2A ist wohl so Standard-Edelstahl, was man so im Grill- und Lebensmittelbedarf so benutzt halt. Okay. Ja, und ja, von Gewicht her wiegen die auch einiges mehr. Also ich habe mal nachgewogen, die von Weber wiegen knapp 400 Gramm und die von Grillrost.com sind mit fast 700 Gramm doch schon um einiges schwerer. Also ich glaube exakt waren es 660 Gramm. Und ja, ich bin mal gespannt. Sehen auf jeden Fall schick aus. Scheinen ihren Job ganz gut zu machen. Hast du schon Betrieb gehabt? Ja. Also ich merke jetzt keinen großen Unterschied. Also das wäre jetzt so das, was ich gefragt habe, irgendwie ob die Hitzeverteilung sich dadurch ändert oder ob die mehr Hitze speichern wahrscheinlich im Material und das ein bisschen länger dauert, dass der Grill heiß wird. Aber hast du noch nicht so... Nee, jetzt so im Langzeit-Test. Ich habe halt nur mal ein bisschen Fleisch und Wurst drauf gehauen. Einfach jetzt nicht, um die Dinge auszuprobieren, sondern eher, weil ich Hunger hatte und ich die jetzt halt schon ausgetauscht hatte. Aber ich werde die Tage auf jeden Fall mal gucken, ob da irgendwie, wenn man da mal was Aufwendigeres grillt, ob da irgendwie die Temperatur länger braucht oder ob sich da irgendwie das Grillverhalten ein bisschen geändert hat. Ich meine, die Dinger sind auch ein bisschen dicker als die Original-Weber-Teile. Die sind 1,5 mm dick von der Materialstärke her und sind einen Ticken höher auch. Also wenn man die so nebeneinander legt, sind die vielleicht so einen halben Zentimeter höher insgesamt, weil die vom Winkel her ein bisschen spitzer sind. Ja, aber ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Verarbeitung ist top auf jeden Fall. Aber glaubst du, man hat irgendeinen Vorteil am Ende dadurch, dass die schwerer besser verarbeitet sind als die von Weber? Also außer, dass man ein Ersatzteil quasi austauscht? Ja, ich bin mal gespannt. Also ich setze ja drauf, dass man, da die komplett aus Edelstahl sind, die zur Reinigung halt einfach mal leichter sauber bekommt. Einmal, dass man halt mit den üblichen Edelstahlreinigern ran kann oder die auch einfach mal komplett in die Spülmaschine packt, je nachdem wie die verschmutzt sind. Und da setze ich halt so ein bisschen drauf, dass es halt so vom, was den Reinigungsaspekt des Grills insgesamt angeht, dass das vielleicht ein bisschen einfacher von der Hand geht. Und eigentlich ist das ja nur ein Stück Blech, VA-Stahl, was du gesagt hattest, A2-Stahl, das gekantet wurde und zwei Löcher reingemacht wurde, oder? Genau, da gibt's ja diese Kontrolllöcher. Kann man das nicht selber machen? War eine Frage auf Facebook. Ja, genau, das war ja. Habe ich herzlich gelacht heute Morgen, wo ich was gelesen habe. Ja, ich hatte ja Blogartikel dazu gepostet und das war dann halt eine Frage dazu. Ich meine, klar kann man das selbst machen. Ich kann auch ein Haus selbst bauen, wenn ich handwerklich begabt bin und einen Plan davon habe. Ich hätte auch das Messer selber machen können. Ja, eben. Ich meine, mal kurz Eisen ein bisschen raus und drauf gehämmert, fertig. Ist die Laube. Ne, jetzt mal im Ernst. Also klar, wenn man irgendwie, keine Ahnung, was ist man da, Werkzeugbauer oder. Wenn man Christian von Westwood Barbecue ist, kann man es vielleicht selber machen. Ja. Aber für alle anderen. Ja, wenn man da irgendwie jobmäßig was mit zu tun hat oder so, klar, dann besorgt man sich wahrscheinlich das Material, biegt da ein bisschen dran rum und hat was aufgeteilt. Aber das ist ja auch nicht unter ein Prozent der Bevölkerung, gehen wir mal von aus. Das war eine Frage. Und du hast sie jetzt eingesetzt und die kann man einfach einfach rausnehmen, austauschen, ohne Schrauben und. Genau, die, diese Bars, die liegen ja einfach auf dem Grill. Da sind so ein paar Aussparungen in diesem, nennt man das Grillbauch. Also da, wo die Brenner sind, da sind einfach so kleine, ja so Aussparungen. Da kann man die drauflegen. Dann sind die so jetzt nicht fest, sondern die liegen halt locker im Grill. Man macht ja auch keine große Action damit, sondern die liegen halt quasi drauf und sind dann so über den Brenneröffnungen damit da halt kein Fett und kein Dreck und sonst was rein tropft. Sehr schön. Ja. Dann hast du quasi das wie bei Gebrauchwagen, die man mit so quasi besseren Ersatzteilen noch aufwertet. Ja. Der Grill quasi gepimpt. Stimmt. Vielleicht sollte man mal so eine Rubrik einführen, Pimp my Grill oder so. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ist ja eine Aufwertung, ne? Und ich glaube von grillrost.de ist das, ne? Ja, grillrost.com ist die Adresse. Ja, okay. Und die haben ja auch einiges anderes zum Grillpimpen. Genau. Also wie der Name schon sagt, die haben sich eigentlich drauf spezialisiert, Grillroste zu machen. Viele so Maßanfertigungen machen die auch. Die haben ein paar fertige Größen, so Standardgrößen, so zum Beispiel so diese Schwenkgrills und ja, alles mögliche halt und machen halt auch viel so Kundenaufträge. Ich habe gesehen, die hatten letztens so einen Riesenauftrag, da haben die so einen riesen Schwenkergrill. Ich weiß gar nicht, was für ein Durchmesser. Das war über einen Meter auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, da ist ihr ursprüngliches Geschäft, also Grillroste in allen Varianten aus Edelstahl. Und mittlerweile machen die aber halt auch Zugehörteile für verschiedenste Grillarten, wie zum Beispiel diese Flairizer Bars. Und ja, eigentlich habe ich jetzt, glaube ich, alles zu erzählt. Vielleicht noch der Preis, der ist ganz interessant. Diese drei Stück für den Spirit jetzt kosten 39 Euro, was auf jeden Fall preiswerter ist als die Original Weber Flairizer Bars. Also wenn ich mir jetzt einen neuen Satz von Weber bestellt hätte, hätte ich, glaube ich, 50 oder 60 Euro bezahlt, je nach Händler. Und hätte dann auch wieder die emaillierten Teile bekommen. Deshalb für dich 40 Euro für so einen Satz neue aus Edelstahl. Ich bin mal gespannt, wie sich das so rentiert. Wie gesagt, die Alten haben auch drei Jahre gehalten. Die waren jetzt auch nicht völlig weggegammelt. Also ich hätte wahrscheinlich noch mal zwei, drei Jahre damit grillen können. Aber am Rand löste sich das so ein bisschen auf und so. Und einfach so aus optischen Gründen dachte ich mir immer, mach's mal neu. Verständlich. Ja, das ist verständlich. Ja, sehr schön. Wenn wir schon so bei so neuen Produkten sind und Neuanschaffungen, ich habe auch was Neues bekommen. Mann, das sind ja heute Überleitungen ohne Ende. Wahnsinn, ne? Aber ich habe, das ist ja gerade, man merkt das einfach, die Grillsaison geht los und alle kommen so aus ihren Löchern mit ihren Neuheiten und haben sich das irgendwie aufbewahrt, ne? Also irgendwie, entweder kriegt man es immer zur Spurgafa serviert im Herbst oder jetzt gerade, im Gefühl. Und ich habe mal vor einem halben Jahr bei uns im Viertel ein neues Start-up entdeckt, die die Schürzen, Kochschürzen designen und auch verkaufen. Aber noch einen etwas kleineren Maßstab, es wird immer mehr. Und habe die entdeckt und habe mal die angeschrieben, ne? Weil ich die Schürzen cool fand und wollte die mal so kennenlernen und habe mit der fetten Kuh ein paar Schürzen von denen gekauft, weil die so schick aussehen. Ja, und da kam mir schon direkt der Gedanke, die brauchen eine Grillschürze. Und da ich finde, also wirklich zu der Zeit fand, dass es nicht die perfekte Grillschürze auf dem Markt gibt, habe ich direkt mal gefragt, ob man nicht sowas mal zusammen machen kann. Und da haben die von sich auch aus gesagt, wir können gerne was machen, ne? Und haben uns darauf geeinigt, dass ich ein paar Grill-Blogger frage, ein paar Griller von uns. Und so haben wir dann am Ende zwei Schürzen entwickelt, und zwar die perfekte Fette-Kuh-Grillschürze und die perfekte Grillschürze für alle Griller da draußen. Die ist jetzt auch bald fertig. Also die Fette-Kuh-Schürze wird schon genäht, gerade in dem Moment. Wir haben schon so ein paar Samples bekommen und die Griller-Schürze, da warten wir noch auf den Stoff und dann wird sie auch genäht. Weil wir haben uns für schwarz entschieden. Und ja, das ist eine Bio-Baumwolle und in schwarz gibt es die halt, also dieser Denim-Stoff gerade nicht. Und da sind sie gerade dran, dass das bald gemacht wird. Und was hat diese Schürze dann, was für Features hat die quasi, also für Funktionen? Weil wenn ich jetzt so eine normale Schürze habe, zum Beispiel hier als wir bewegbar waren, gab es ja dann auch für jeden eine Grillschürze mit. Ich hänge mir die Schürze einfach um, ich werde nicht dreckig dabei. Die Schürze fängt den Dreck auf, das Fett oder sonst irgendwas. Und ich fasse auch meine Klamotten nicht. Aber ich denke mal so eine Grillschürze, wenn man die neu entwickelt, die kann ja dann wahrscheinlich noch einiges mehr. Es sind halt ein paar Details. Natürlich schreien alle erst mal, Flaschenöffner für mein Bier. Haben wir auch irgendwie lange drüber nachgedacht und definitiv gesagt, in der ersten Serie wird sowas nicht vorkommen. Dann schreien auch ganz viele Leder-Applikationen oder macht die aus Leder komplett. Aber diese schweren Lederschürze, das ist absolut nicht mein Ding. Da hätte ich mich auch nicht an Kai und Kato gewandt, wenn ich eine schwere, dicke Lederschürze tragen möchte. Ich meine, das würde ja einiges wiegen. Ich meine, wenn du mal so normalen Leder irgendwas nimmst und daraus dann eine komplette Schürze machst, die um deinen Hals hängt und dich komplett bekleidet, da hast du ja locker, weiß ich, wie viele Kilos an dir. Ich weiß nicht, wie viel es ist, aber ich hatte eine bei Spoga mal anprobiert und es gibt ja Hersteller dafür, auch extra für Griller und so. Und das ist absolut nicht mein Ding. Das ist so ein mega Hipster-Ding. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, wenn die das den ganzen Tag tragen, Spaß dabei haben. Das ist dann auch schon die erste Sache, der Tragekomfort muss da echt gegeben sein. Wir haben extra aus dem Stoff der Schürze das hintere Teil gemacht an dem Nacken, dass man da nicht so die ganze Zeit genervt ist. Und die Einstellung kann man auch an der Seite von dem Riemen da machen, an diesem, wie heißt das denn, an dem Stoffbändel, was um deinen Kopf geht. Dass du dann das erstmal komfortabel einstellen kann. Und dann eben halt, klar könnte man Leder-Applikationen oder sowas machen, aber das ist halt auch ein Start-up. Die gibt es jetzt schon ein bisschen länger jetzt, aber sind auch mit Kochschürzen jetzt so langsam gut aufgestellt. Aber sowas kannst du halt auch nicht von heute auf morgen machen. Unsere S-Version hat also, was jetzt eine Grillschürze auszeichnet, zum Beispiel am Bauch, ist da doppelt Stoff vernäht. Und wenn du viele Schürze anguckst, ist am Bauch eine Tasche. Das macht beim Grillen überhaupt keinen Sinn, dass du da eine Tasche hast. Da, wo es am heißesten ist, tust du ja nicht dein Handy da rein. Das stimmt. Oder auch sonst eigentlich nicht, weil es stört. Oder wie oft habe ich schon mal gehört, dass irgendwie jemand beim Grillen in der Hosentasche ein Feuerzeug explodiert ist. Wenn du da irgendwie im heißen Grill stehst, kann sowas passieren. Und deswegen haben wir an den Seiten die Taschen gemacht, dass wenn du die Schürze umbindest, also bei mir sind die wirklich eher an der Seite. Bei manchen ist es dann doch hinten. Da geht die ein bisschen besser rum. Aber die passt mir sehr gut und das sieht auch bei schmalen Leuten gut aus. Also wir haben da mehrere Schnitte ausprobiert. Ist das dann so eine Einheitsgröße, die verstellbar ist? Oder gibt es auch verschiedene Größen noch? Also du kannst die Länge quasi dadurch verstellen, dass du an diesem Bändel, was um den Kopf geht, da ist die Länge einmal einstellbar. Und dann hast du das Bändel, was um deinen Körper geht. Und ich binde die zum Beispiel hinten zu. Andere Leute binden die vielleicht vorne zu. Und dann passt das. Und die ist schon ein bisschen knielang. Und das heißt, für Leute, die ein bisschen kleiner sind, geht die halt ein bisschen über die Knie. Aber das finde ich auch gerade beim Grillen ein bisschen auch für den Schutz wichtig, dass die nicht irgendwie direkt unter dem Po quasi aufhört. Vielleicht kann man da mal für die Ladies eine Version machen, aber für mich finde ich das so viel praktischer, ja. Das sind auch so die zwei Hauptfeatures mit der Tasche und mit dem doppelten Schutz vorne. Das ist schon so das auch, was am meisten gewünscht wurde. Von Farben her haben viele gesagt, natürlich dann lieber ein dunkler Stoff. Und die Version, die jetzt rauskommt, machen wir dann noch mit roten Nähten so als einfach, damit sich das so absetzt. Ich bin mal gespannt. Also wir haben die ersten Dinger ja gepostet. Kam auch schon ein bisschen Rücklauf. Und die perfekte Grillshirts ansonsten gibt es nicht. Und die ist verproduziert aus Biobombwolle. Und das Geile ist, also ich muss mal die Tage im Foto posten, wie die Shirts aussehen, die wir seit Januar haben. Also seit fast einem halben Jahr in der fetten Kuh. Musst du überlegen. Wir benutzen die jeden Tag, werden mit ordentlich Fett und Dreck und Grillschmorde eingesaut. Also als wenn du jeden Tag neun Stunden am Grill stehst. Und dann werden die gewaschen. Das heißt, die werden, ich denke mal, dreimal die Woche gewaschen von der Wäscherei. Und du siehst denen das halt noch gar nicht an. Unsere alten Schützen waren einfach nach einem halben Jahr schon komplett platt. Und ich denke mal, wenn die bei uns ein halbes Jahr so gut hält, wird das bei einem normalen Griller, ähm, musst du eigentlich fast nicht wirklich irgendwann mal ne neue kaufen, wenn die durch ist. Die dürft ihr dann schon für die Ewigkeit halten. Ja, genau, ne? Und das ist halt irgendwie auch das Geile an den Dingern. Klar musst du die ab und zu mal waschen und bügeln, ne? Damit die gut aussieht. Und, ähm, da wird man so seine Ruhe haben. Und es ist auch einfach vom Material und von der Wertigkeit was ganz, ganz anderes Produkt als das, was ich je so gesehen habe. Oft ist es ja aus dünnem Stoff und du merkst so, oh, die waren der Produktion billig oder, ähm, ja, sehr einfach gemacht. Ich hab, oder diese Schützen sind ja am besten, die man als Werbegeschenk bekommt, ne? Ja. Da spürt man ja auch schon, dass die nichts kosten. Ja. Ich hab mir noch einen schönen, hm? Apropos Kosten, äh, gibt's denn schon einen Preis? Ist das schon bekannt, was die dann kosten wird, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich möchte so eine coole Schütze haben? Da weiß ich nicht, wo wir am Ende landen. Das sind so, aber ich würde mal sagen, dass das maximal 49 Euro kosten wird. Da wird man spätestens landen, vielleicht ein paar Euro weniger. Und, ähm, aber über 50 Euro wird die definitiv nicht kosten. Und du hattest ja am Anfang erzählt, dass es einmal die Variante für die fette Kuh gibt und einmal für die, äh, restlichen Griller. Gibt's da irgendeinen Unterschied noch? Also, wahrscheinlich irgendwie das Fette-Kuh-Logo, oder hat die noch irgendwie irgendwelche Special Features? Also, die Fette-Kuh-Schürze wird, ähm, ein bisschen heller sein vom Dämmenstoff, ähm, und die hat eine andere Bindung, eine Kreuzbindung. Also, das geht dann auf dem Rücken über Kreuze, man kann die nicht mal eben so zack, zack anbinden, äh, anziehen, sondern man muss da so quasi reinschlüpfen, als wenn du ein Shirt anziehst. Na, und dann stellt man sich die ein. Ist ein bisschen komplizierter, aber da ist der, ich sag mal, der Tragekomfort wird wahrscheinlich dadurch noch ein bisschen besser sein. Die Sache ist so, ähm, das sieht so, wenn man die Schürze erstmal so sieht, nicht einfach normal aus und, und ich hab das auch mal so in die Runde geworfen und viele haben da so irgendwie vielleicht Berührungsängste oder für die ist das halt seltsam und die wollen nicht, wenn die eine Schürze kaufen wollen, wollen die nicht so eine Kreuzbindung haben, ne, was wir jetzt ziemlich genial eigentlich fanden, also, ähm, von der fetten Kuh, die Jungs waren dann halt sehr dankbar, dass das so ist, ne, weil das sitzt dann halt die ganze Zeit immer perfekt, wenn du neun Stunden grillst, aber wer von uns grillt neun Stunden aktiv, ne, die ganze Zeit bücken, neue Burger aus der Schublade holen, da den Käse drauflegen und so, ne, und, ja, deswegen, ähm, ja, das ist dann auch nur die Schürze in der fetten Kuh, die wirklich dann die Leute, die am Grill arbeiten, ähm, tragen werden, also das wird nicht, jeder Abräumer wird nicht so mit so einer Schürze rumlaufen, ja. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Sehen zwar schon sehr schick aus, aber, ähm, die kriegen dann eine andere Version. Ja, hört sich gut an und wir sind auf jeden Fall sehr begeistert und, ähm, sehr guter Dinge. Ja, es ist ein bisschen jetzt, normalerweise müsste sie jetzt schon fertig sein, aber wir sind ein bisschen noch hinten dran, aber das kommt jetzt. Wo werden die erhältlich sein? Kann man die bei euch in der fetten Kuh kaufen? So in Kooperationen mit der Firma oder irgendwo im Online-Shop? Ja, bei Kaya und Kato, ähm, online selbst, also, also die vertreiben sie selber, die haben einen eigenen Shop. Mhm. Und, ja, dann weiß ich noch nicht, wie da noch was geplant ist. Muss man mal gucken, das ist jetzt so das erste, ja, es gibt ja noch nicht so einen Vertrieb, dass man auf irgendwelche Grillläden zugegangen ist oder so, sondern wir wollen jetzt erstmal die Schürze auf den Markt bringen, gucken, wie sie ankommt. Na, die ersten Blogger arbeiten ja irgendwie anscheinend damit schon und, ähm, mal wie die Resonanzen dann sind, ne, also, müssen wir mal sehen. Ja. Nicht schlecht, ich meine, Santos-Grill ist ja direkt in Köln, nebenan. Ja, ich denke mal, der Camillo wird da bestimmt mal ein gutes Wort für einlegen. Sieht ja auch, sieht ja auch einfach besser aus mit den Schürzen, ne, muss man ja auch mal so sehen. Ja. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt relativ selten Schürzen anhab, fällt mir gerade auf. Das, das, das ist klar, also, du musst schon ein Typ dafür sein, dass ich auch, ähm, wo ich mal so rumgefragt hab, ne, es gibt auch Leute einfach, die sagen, ne, ich tröcke gar keine Schürze, ne, das kann ich auch verstehen, ne, es gibt auch Tage, wo ich überhaupt keine Schürze tragen will. Aber es gibt auch Tage, wo ich auch einfach nicht mein schönes Shirt versauen will oder, auch wenn ich die ganze Zeit am heißen Grill stehe, so ein bisschen geschützt sein möchte, ne. Und, ähm, ich trage eigentlich, also, ich bin's auch von der Arbeit gewohnt, ne, ähm, und in der Küche und eben am, in der fetten Kuh am Grill trägt man ja nicht um sonst eine Schürze. Ja. Ja, ich mein, Sinn macht's schon, ich merke ja dann schon, wenn ich dann Abend mal gegrillt hab, dann hast du schon hier einen Fettspritzer, da ist irgendein Fleck und da ist irgendwas. Genau. Und, ähm, mit Schürze wär das nicht passiert. Genau. Und, ähm, ich, ich find so, ähm, so, ähm, es ist schon irgendwie alles so ein bisschen mal, ähm, durch die Grillszene getrieben worden, aber irgendwie bei Schürzen ist noch nie was passiert. Also, es gibt nicht so die Grillshirts von irgendeiner Firma. Ja, das stimmt. Ich mein, Messer gibt's ohne Ende, äh, Schneidebretter gibt's ohne Ende mittlerweile. Ja, genau. Und, äh, auch Grillzangen gibt's ja alles möglich hier. Ja, ich hab heute noch eine Viton bestellt für meinen Chef. Echt? Ich kann's jetzt sagen. Das kriegt er zum Geburtstag, aber nach, wenn die Sendung online ist, ist das ja schon nichts. Wann hat er denn Geburtstag? Wann warte ich so lange noch? Am Sonntag. Am Sonntag. Ja, das schaff ich doch gar nicht. Ich glaub, der hat keine Zeit, die Sendung bis dahin zu hören. Wir haben ja jetzt auch noch Sommerfest und, äh, so hier und dann, ja. Ja, ich überleg auch die ganze Zeit, ob ich mir so eine Zange mal holen soll. Ja. Äh, ich weiß, hast du die schon mal ausprobiert? Ja, also die Viton ist eigentlich ganz cool, so, gerade wenn du Würstchen drehen willst oder so kleine Grillstücke, ist halt schwierig, wenn du, ähm, große, also Steaks gehen auch noch, ne, aber wenn du so ein T-Bone ist, wird das schon ein Problem, weil dadurch, dass du diesen Klappmechanismus hast, du so eine Spannung irgendwie da drin, ne? Also, wenn du dann damit noch so was Schweres hochheben willst, dann ist diese Hebewirkung so krass und dann, ähm, ist es unpraktisch dafür, ja. Genau. Und dann gibt's da so einen Haken, wo man dann irgendwie so ein Fleischteil so aufhaken kann, so umdrehen, find ich aber auch, Fleisch reinstechen, find ich jetzt ungünstig gelöst, aber so für Standardgrillen ist das wirklich so ein richtig cooles Gerät und irgendwie, was soll man so einem Chef einfach schenken? Irgendwie, die haben ja immer gefühlt alles. Ja. Und, ähm, ja, und dann dachte ich mal, eine besondere Grillzange hat er vielleicht noch nicht. Ja, ich muss mir die auch mal irgendwo mal live angucken und wenn sie mir gefällt, da bestell ich doch mal. Wie gesagt, ich hab zwei, drei Mal, war ich schon im Shop und hatte ich schon einen Warenkorb, dann dachte ich so, hm, ah, warte ich mal noch ab und vielleicht später mal. Ja. Tja, das sind so die Sachen, ähm, Grilltrend mäßig 2017 sind wir ja mittendrin und ich weiß auch nicht, was man da noch anderes abfrühstücken sollte, als das, was wir heute erwähnt haben. Ja. Ich mein, ich hab noch was ganz Kleines, im wahrsten Sinne des Wortes und zwar waren wir ja letztens auf dem Kindergeburtstag und da hatte das Geburtstagskind dann einen, äh, Weber Spielzeuggrill bekommen, so eine Minikugel, äh, ja, so zum Spielen halt. Der war eigentlich ziemlich cool, die ganzen Kinder waren auch super begeistert und, äh, haben da quasi ein Steak nach dem anderen drauf zubereitet und, äh, das Ding ist eigentlich nicht schlecht. Ich hab das schon mal, äh, als wir in Berlin waren, in dem Weber Store, stand da ja auch schon mal so verpackt in der Ecke da rum, aber hatte ich eigentlich nicht weiter beachtet so und, äh, auf dem Kindergeburtstag hab ich mir das Ding dann mal ein bisschen genauer angeguckt und auch einen Blogbericht übergeschrieben und das ist eigentlich schon, äh, also, wenn du so ein grillaffines Kind hast, ist das eigentlich schon das perfekte Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk, ist mir immer so aufgefallen, weil meine Tochter, die war dann auch völlig begeistert. Du hast halt, äh, so ein, äh, ja, ist halt so ein typischer, der typische Weber-Kugelgrill in klein, ich schätze mal so Maßstab, ja, vielleicht 1 zu 2 oder so, vielleicht halb so groß wie, wie ein echter Kugelgrill. Und der sieht auf den ersten Blick total identisch aus, ne? Ja, also wie so ein, äh, genau, so Master-Touch Kugelgrill, ähm, nur halt in kleiner und, äh, ist halt, ja, wie gesagt, unten ist dieser Kohletopf drauf, äh, dran, äh, oben ist dieser Regler für die Luft, äh, so ein Thermometer ist drauf, natürlich nur geklebtes Thermometer, auch unten, äh, dieser Topf, das ist eigentlich so, klar, Plastiktopf und dann ist da so dieses Metallzeug halt draufgeklebt. Ähm, aber was dann cool ist, du machst den auf und dann hast du unten halt, äh, wie bei einem echten Weber auch erstmal diesen Kohlerost, wo du die Kohle drauflegen kannst, da drüber kommt dann der normale Rost und, äh, ja, du kannst halt wirklich, äh, wie mit einem echten Kugelgrill dann, äh, das Grillen nachspielen. Gibt's, gibt's das noch, dass, äh, diese Kohle auch glüht? Ja, genau, das ist, äh, du hast halt, äh, so ein, ja, so ein Plastikklumpen, der aussieht wie so ein, äh, aufgetürmter Kohleberg und, äh, da kannst du eine Batterie reintun, da sind so kleine LEDs drin und wenn du dann, das ist eigentlich echt geil, das war auch das Highlight bei den ganzen Kids, da ist dann so ein, äh, Feuerzeug dabei, wenn du das, äh, dann an so eine Kontaktfläche hältst an dieser Kohle, da ist so eine kleine Markierung, hältst du dran und fängt die halt an so zu glühen und, äh, macht auch so Brutzelgeräusche. Ja, das ist super, die Kitty ist immer so, schnell Kohle rein, anmachen, Rost drauf und dann losgrillen. Sehr cool. Ja, ich hatte den Leiter, ähm, bei, bei uns im Handelshof mal im Angebot gesehen, wusste aber, dass man so schon einen anderen Grill zum Geburtstag geschenkt bekommt. Und finde es ein bisschen schade, dass ich nicht den gekauft habe, ganz ehrlich, weil der andere war schon sehr billig und, ähm, regt die Kinder nicht so zum Spielen an, wie das der Webergrill, glaube ich, macht. Gerade dadurch, dass man da die Kohle anmachen kann und sowas. Ja, das ist halt super und, äh, mitgeliefert wird dann auch noch, äh, neben dem Feuerzeug halt so eine Grillzange, äh, natürlich auch, äh, aus dem Weber-Sortiment, nur halt in klein und, äh, auch jede Menge Grillgut, da ist dann Steak dabei, ich glaube so ein großes Stück, äh, Lachs oder Thunfisch, bisschen Gemüse, äh, halt alles, was man so typischerweise auf den Grill wirft. Und, ähm, ich überlege gerade, was war da noch dabei? Genau, Deckel, Zange, ja, wie gesagt, ich habe auch so einen kleinen Testbericht darüber geschrieben, hab mal, äh, mir das alles so ein bisschen genauer angeguckt und von der Verarbeitung ist ja jetzt, würde ich sagen, auch okay. Ist jetzt, äh, klar, Plastik ist jetzt kein, äh, äh, wie, äh, was ist das hier, Metall, Blech, außerdem die normalen Grills sind, das ist jetzt nicht der Fall, aber halt, äh, schon so etwas dickeres Plastik und, äh, mein, du weißt ja selbst, wie es auf so einem Kindergeburtstag zugeht, ne, wenn da zehn Kinder, äh, rumspielen, rumtoben, da geht schon was drunter und drüber, aber, äh, der Grill hat's ausgehalten. Der ist auch ein paar Mal durch den Garten gerollt und, äh, umgekippt und, äh, von irgendwelchen Rutschen gerutscht, äh, hat er alles ganz gut überstanden. Also es scheint für die Qualität zu sprechen. Und, äh, was bezahlt man für die Qualität? Oh, ich glaub, warte mal, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaub, UVP ist 30 Euro, 25 Euro, so um den Dreh und, äh, ich, du meinst ja mal im Globus gab's den mal, da hatte da noch jemand, äh, in dem Beitrag drauf geantwortet oder auf Facebook, dass er den auch schon mal so für 15 Euro im Angebot gesehen hat. Also, äh, ein bisschen Augen mal aufhalten, wenn der mal im Angebot ist, dann kann man mit 15 Euro ein ganz gutes Schnäppchen machen. Ansonsten muss man halt so 25 bis 30 Euro für das Ding hinlegen. Was ich noch okay finde, ich mein, 30 Euro ist jetzt für so ein Spielzeuggrill schon ein bisschen Geld, aber, äh. Ja, aber wenn die Kinder damit spielen, meinst du, wenn man ein paar ruhige Stunden sich damit erkauft, dann ist das auch schon viel wert. Du weißt, wovon ich spreche. Ja, ja, wir waren uns froh, wenn die Kinder mal was zu tun haben, ne? Wobei, wobei gerade kleine Kinder, also, wenn man denen so ein bisschen die Berührungsangst zu einem echten Grill nimmt und den zeigt, wie man damit vernünftig umgeht, ne? Ähm, und dann kann man echt schon mit denen so ein bisschen so, zumindest Würste oder ein bisschen Steak oder so mal grillen. Das geht also mit unserem Großen, der ist jetzt acht, super, ne? Ähm, das ist viel gefährlicher. Also, dann lernen die wenigstens, was so der Umgang mit der Hitze und so, so heißt, statt, ähm, dass sie dann da irgendwie spielen und so ganz nah dran vorbeiflitzen. Das ist viel gefährlicher, als wenn die da irgendwie selber am Grillen ein bisschen rumspielen und das kennenlernen. Ja, das stimmt schon. Na, da muss man die dann halt auch parallel schon langsam dazu, ähm, rüberleiten, dass sie einen dann, wenn die zehn sind, die Steaks, ähm, ans Frühstücksbett quasi bringen. Papa, hier, Steak ist fertig. Ja. Oh, ja, danke schön. Käffchen dazu. Sehr gut. Ja, ich meine, oder man kauft direkt so einen kleinen Smoky Joe oder sowas. Den sollte man sowieso haben. Oder also so einen kleinen Handtaschengrill, ne? Muss ja nicht Smoky Joe sein, kann ja auch. Diese kleine Kugel, ach, wie heißt der denn? Von Weber. Dieser. Ist das nicht der Smoky Joe, der kleine Kugelgrill? Oder ist das der, ach so, dann gibt's, es gibt noch den Eckigen, ne? So. Ja, das ist der, äh, Go Anywhere. Go Anywhere, genau. Genau. Beide zu empfehlen. Sehr schön. Den Go Anywhere hab ich auch. Den hab ich meinen Eltern mal ausgeliehen. Und, äh, ich glaub, seit zwei Jahren haben die den jetzt und grillen damit immer fleißig. Sehr cool, ja. Ja. Prima, da haben wir ein paar Inspirationen für den Grillsommer auf jeden Fall jetzt schon geliefert, ne? Irgendwie war das heute der große Grillzubehör-Podcast, hatte ich das Gefühl. Ich glaub, das Grillcamp läuft ja jetzt nächste Woche. Ist das immer nächste Woche? Äh, genau, was heute ist. Wir nehmen auf am, äh, 8.6. morgen. 19.6. am Freitag ist quasi das Warm-up. Und, äh, ja, ich denk mal, wenn die Folge hier online geht, dann haben die Jungs in Hamburg schon fleißig gegrillt und haben das Grillcamp schon hinter sich. Sehr schön. Also könnt ihr dann verfolgen, was im Grillcamp passiert ist, worüber wir letzte Folge berichtet haben. Ja, es gab ja auch, glaub ich, einen Gewinner, ne? Genau, ich glaub... Oder mehrere? Ne, einen hatten wir gezogen. Benjamin, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja, der müsste von Volker noch rechtzeitig die Karte bekommen haben, beziehungsweise dann auf der Gästeliste stehen oder so. Äh, mal gucken, ob er hinfährt. Genau. Solltet ihr mal Fragen oder, ähm, Kritik oder Anregungen haben, dürft ihr das natürlich auch gerne in diesem, unter diesem Podcast in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr das über die Seite hört. Oder, oder uns bei iTunes bewerten. Genau. Da, das bringt ein bisschen was, glaub ich, oder? Ja, also iTunes, äh, ist ja so quasi immer noch so das, äh, Hauptverzeichnis für Podcasts hier in Deutschland. Oder ich glaub auch Amerika auch oder weltweit, weil Apple da ja schon ne ganz, ne, ne große Hausnummer ist. Und, äh, ich denk mal, je mehr Leute uns über iTunes abonnieren, kommentieren und auch bewerten, äh, desto mehr Beachtung findet das da in dem Verzeichnis und desto weiter rutschen wir nach oben. Mal gucken, vielleicht sind wir ja mal irgendwann unter den, äh, ja, Top Ten, Top Five. Mal gucken. Ja, also vielleicht kommentieren, bewerten und, ähm, und uns folgen natürlich. Genau. Ja, und wer uns schon auf Facebook, äh, folgt und bei Twitter oder Google Plus sind wir natürlich. Ja. Instagram, äh, der kann ja noch zwei Kumpels Bescheid sagen. Und wenn die dann auch noch uns folgen, dann, äh, haben wir ganz viele neue Follower. Wäre eine gute Idee. Ansonsten, ähm, lohnt sich das Folgen natürlich auch, weil wir ja auch manchmal auf Events sind oder eben halt, ähm, Events veranstalten und ihr da hinkommen könnt. Und. Nicht zu vergessen, das Meetup zum Beispiel, das wird ja auch immer flassig dokumentiert. Genau, oder zum Beispiel jetzt am Wochenende haben wir die Release-Party von unseren Radler, ne, also unseren neuen Bier und unserer neuen Wurst für Wurstgeszenario. Ja, darüber kann ich dann mal nächstes Mal was in Ruhe noch erzählen, wie das gelaufen ist. Ja. Dann kommt, ähm, auf die Uhr, wir haben jetzt schon wieder die 40 Minuten zusammen. Ja, siehst du, das kriegen wir immer hin. Äh, immerhin unter einer Stunde diesmal. Ja, also wir, wir bessern uns, ihr seht das, ne. Und dann erzähl ich euch das nächste Mal, ob man auch auf einen Pelletsmoker Bratwürste machen kann. Das werde ich dieses Wochenende ausprobieren. Hm. Ich bin mal gespannt, steht der denn schon bei deinem Schwiegerpapa auf dem, auf der Terrasse? Ne, der, der ist gerade auf einem Event in der Wolkenburg, in meiner alten Arbeit. Hm. Den, ähm, den ist der ein Grill kaputt gegangen. Die hatten so ein, ah, wie, wie heißt denn die Marke? Auf jeden Fall war es ein amerikanischer großer Grill, der etwas günstiger war. Die wollten sich eigentlich damals einen großen Weber Genesis kaufen, sind zu Santos gefahren und hatten dann einen. Vielleicht, wie hier, Carbroil oder wie die heißen? Ne, 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 das, das wäre schon was Besseres gewesen. Glaubt mir. Also echt einer der riesigen, die aber echt billig waren und das hat man auch, das ist so viel, so schnell kaputt gegangen. Ja, auf jeden Fall, ähm, jetzt brauchen die ganz schnell einen Ersatz und morgen, also heute haben die ein Grillbuffet, da kommt er zum Einsatz, da werden die Rippchen drin gemacht und morgen werden, ähm, haben die ein Barbecue-Buffet verkauft und da wollten die auch Rippchen und noch was anderes drin machen. Und die sind aber schon ganz verzückt darin, also wie, wie leicht das funktioniert, wie toll und, ne, und das ist auch cooler, wenn man da am Pellet-Smoker mit Rauch steht, als wenn da einfach nur zwei, zwei große Gasgrills stehen. Ja. Hab noch mehrere. Ja, genau. Okay. Will ich euch weiter, äh, mehr davon berichten und, ähm, ja, am Wochenende zieht der zur fetten Kuh und dann machen wir da die Bratwürste. So rum. Ja. Okay. Ja. Vielen Dank erstmal für die Zeit, Nico, und dass du, dass alles immer schneidest und, ähm, der Aufnahmeleiter bist quasi und dich um dich zu kümmerst. Sonst wäre das hier nie möglich, muss man ja auch mal sagen. Ähm, danke fürs Zuhören. Ja, genau, danke fürs, äh, ja, wie man schon gesagt hat. Wer es bis hierhin geschafft hat. Ja. Ja, ich meine, diesmal hatten wir ja echt viele Themen. Ich meine, äh, letztes Mal hatten wir ein großes Thema, was über eine Stunde geht. Ich meine, das war schon dann, wenn einen das Thema jetzt nicht so interessiert, vielleicht nicht ganz so interessant. Aber ich denke mal, dieses Mal hatten wir ja vier kleine Themen und, äh, da dürfte eigentlich für jeden was dabei gewesen sein. Ansonsten, äh, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder per E-Mail, was ihr euch für ein Thema wünscht. Wenn ihr jetzt irgendwas habt, äh, was euch interessiert, dann, äh, sagt einfach mal Bescheid. Zum Beispiel einer hatte, äh, in den Kommentaren jetzt geschrieben, fällt mir gerade ein, äh, dass er, äh, gesehen hatte, dass du in der Jury vom, äh, Burger-Clash in, Clash in Düsseldorf gesessen hast. Ja, genau. Und er hatte da so ein paar Fragen zu, irgendwie, ob du alles probiert hast, was dein Favorit und so war. Das kommen wir ja mal in der nächsten Folge irgendwie noch. Das, das erzähle ich sehr gerne in der nächsten Folge. Genau, ich war nicht, ja, nicht nur da Jury-Mitglied, sondern auch beim Beef Battle, aber dann, wenn ich das jetzt alles wieder erzählen würde, würde die Sendung über eine Stunde gehen. Und ich kann auch schon mal spoilern, ich bin in zwei Wochen bei Luma Delikatessen in der Schweiz, ähm, ja, da werde ich, ähm, bei irgendwelchen Leuten Couch-Surfing machen und, äh, und verschimmeltes Fleisch essen. Hört sich toll an, ne? Lecker. Äh, aber wenn man das, ähm, hört, also ich hab gerade heute ein Foto gesehen vom Schweinebauch, der edelt, mit Edelschimmel drauf, ne, fünf Wochen Tri-Aged Schweinebauch. Also, so lange macht man das ja wirklich nicht mit Schwein. Aber es soll ganz besonders sein, deswegen muss ich mir das anschauen gehen. Ja, ich bin gespannt. Ätze ich euch beim nächsten Mal. Also, Themen haben wir genug, müssen wir nur noch schnell Aufnahmetermine finden. Das ist das, die gute Zeit. Aber wenn wir das kürzer machen, schaffen wir es auch öfter. Genau, und ich meine, wir haben ja dieses Jahr schon ein paar Folgen rausgebracht und wir geben alles, um noch mindestens genauso viele noch mal rauszubringen, wenn nicht noch mehr. Mindestens. Genau. Super. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören noch mal. Ja, danke Nico. Ja, danke Martin. Und ich würde sagen, gute Nacht, ne? Ja. Gute Nacht. Jetzt wird geschlafen. Bis demnächst. Jo, tschüss. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018